Ja, moin moin. Willkommen zu einer kleinen Folge RAFT. Mit dabei wieder Olek und Martin. Grüßt euch ihr zwei. Ja, noch Dümpel war hier an Caravan Town rum, aber der Anker ist gelöst. Es geht weiter. Leider nur in die falsche Richtung, wie ich gerade sehe. Wir müssen die Motoren mal anmachen, mal rausfahren hier. Mein Bogen ist auch gleich fertig. Kann man einen Rückwärtsgang reinschmeißen bei den Motoren in der Mitte, wenn du da zwischendurch gehst. Der Hebel sorgt für vorwärts und rückwärts. Warte, ich gucke mal. Okay, jetzt wieder Vorwärtsgang, Vorwärtsgang. Achso, macht schon einer? Ja. Sauber. Stell mal die neuen Koordinaten ein. 90, 54. 50. Die ist genau hinter uns. Kartoffeln haben wir langsam genug. Da muss man welche machen auch, weil das sieht ja so leer aus. Ich mache es doch auch. Achso. Muss auch Holz unterpacken, damit das Blöd hier. Da muss man nichts anderes anpflanzen langsam. Du kannst noch Ananas anpflanzen in den dicken Dingern und Wassermelonen. Dann, wo macht man Schalen? Warum brauchen wir ein paar Schalen im Text machen? Was für Schalen? Also aus Ton. Soll ich welche machen? Ja, mach, mach. Okay. Zwei Schalen habe ich in die große Küste gepackt. Ich nehme dafür die Ananas anpflanzen und nimm dafür die Ananas und nicht die. So, Schalen sind drinne. Hierzu. Einer ist runter hier fallen. Ja, ja. Ja, einer ist hier unten. Ja, einer ist hier unten. Ja, irgendwie, er leckert der auch. die ananas und die wassermelone kann ich die nur dort wo die palme ist oder die etwas größeren hier nur wo die die hier dann wohl dann machen wir jetzt die schädchen mit kartoffeln und dann erstmal so schädchen kartoffeln hält das ja auch alles länger so Wicksai hat hinten das Boot wieder kaputtgemacht. Oh nein. Willst du mal einen Bogen helfen, wenn du irgendwo dabei bist? Falls du irgendwo dabei sein solltest. Nochmal bitte. Willst du bitte einen Bogen helfen, falls du irgendwo dabei sein solltest? Ja, wir gehen gegen das Goo und wenn man da alles braucht für. Warten? Hier. Ja. Hier. Ja. Ja. Schön. 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 Wenn du du jetzt noch einen. nå phase 2 v- Z- Opa. Einer von euch hat schon Titanerzie gefunden. Geil. Da haben wir eine Kiste drinnen, oder einen Schrank oder sowas. Alter, ist das ein fötter Fisch hier. Da sind drei Hapsel dran. Wie gesagt, esst euch voll und dann nehmt die Scheißierchen da raus, dann füllt sich auch langsam alles. Ja, das Fischzeug würde ich sagen, es war weg. Ich baue jetzt mal ein paar Kisten. Scharniere. 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 Okay. Okay. So. Da unten sind wieder ein paar Kisten mehr, ne? Da haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Okay. Müsst ihr reinmachen? Na ja, das ein bisschen aufteilen. Die Ressourcen, ne? Ich möchte bitte größere Wassertanks haben. Ja, größere gibt es nicht. Für das Inventar. Du hast doch gesagt, mit einer Pumpe irgendwie. Ja, aber das haben wir noch nicht gefunden. Ja. 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 Wollen wir bei der Insel mal kurz anhalten? Ja, wir machen. Okay. Steht. Ja, ich gehe drauf. Scheiße, scheiße. Brauchen wir nicht Blumen, hast du gesagt? Ja, ich hole. Ich pflück die Blumen ab. Scheiße, ich bin zu voll hier langsam. Ja, ich muss gleich nochmal zurückkehren. Ich muss mich erstmal auslagern hier. Ja, das aufsammeln geht schnell, wenn du Blumen sammelst, weil du kriegst Blumen und Samen. Ja, nee, darum geht's nicht, ich habe zu viel. Ich konnte nichts mitnehmen. Erstmal versachen wir. Ich muss es werden. Martin, kannst du mal die Blumen hier gießen? Die bitte nicht ernten, die hier stehen. Bein, 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 Dings. Ich pflanzter Blumen, Mann. Ich pflanzter Blumen, Mann. Er hat es prassend nicht reingemacht. So, ich gehe noch mal zu der Insel. Alter, verballert man nicht alles an Ton. Wir haben nur noch drei Tonen. Gar nichts an Ton, wie du benutzt. Ich habe auch nichts an Ton rausgeholt. Es muss ein kleines Schälchen gewesen sein. Okay. Soll wir tauchen gehen, oder was? Ja, auf jeden Fall. Ton brauchen wir auf jeden Fall. Wo wir hier drin? Tiefer oder höher? Nee, tiefer oder höher. Das, was ich nicht auf seinem Konto ist, jetzt erweckt. Steigen. Ein Ton. Der Haibag knabbert mich an, wenn ich oben hier... Uh, ich sollte mir den Haiköder reinschmeißen. Ja, ich mach. Ich bin nämlich schon ziemlich weit runter gerade. Zwei Besserungen zum Kaputen fassen. Heiköder ist drin. Heiköder ist drin. Okay. Okay, 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 okay. Sand brauchen wir ja auch, ne? Ja. Du kannst ja auch mal einen besseren Haken machen, aus Bolzen, zum Apernten der Ernte noch schneller. Ja. Schrott nehme ich auch mit, ne? Ja, aber wichtiger ist Sand und Ton als Schrott. Okay. Bin grad hinter dir. Ich such grad die Ecken ab für Metall und Kupfer. Ja. Ja, mach das. Da, Kupfer. Blume wegschmeißen, nur die Samen behalten. Ne, für Blume ist unten ne Kiste am Anker. Guck mal, eine der Plastikisten. Alles klar. Die Samen kannst du auch erst mal rinschmeißen. Kannst du mal gucken, ob oben bei den Bienen-Dingster-Bumster-Kasten, ob da die Blumen gegossen sind. In den Stiefeln. Weil die Blumen müssen wachsen, damit die Bienen Honig produzieren. Ja. Das Grüne kannst du auch einsammeln am Seetang, Martin. Das Glibber. Ja, hab ich doch schon mal. Okay. Ansonsten, glaub ich, haben wir hier alles. Hier ist noch Puhn. Ja, Bienenloch. Schön hier rum. Ist da so viel Ton grade? Der nimmt das. Voll mit Ton hier. Sand. Boom. Steigen. Steigen. Oh, heiß wieder, heiß wieder da. Ja. Der hat fertig gefressen. Wo ist denn jetzt die Dings, oder? Wo ist denn das Fluss, oder? Soll der Ton und so hin? Na, unten in eine der beiden Kisten, die da einzeln stehen. Guck mal. Ich glaub in der rechten. Okay. Ich hab auch nur zwei Ton gefunden, ne? Ja, ich hab ein paar gefunden. Vier Ton hab ich gefunden. Vier Ton hat er gefunden. Und Glibber, wo kommt der Glibber hin? Gucke in die Kisten. Da hat das Material alles jetzt auf den Kistenhaufen. Wo du vorstehst. Die Kisten am Anker ist jetzt leer. Das ist alles da, wo du vorstehst, die Ressourcen. Noch 580 Meter. 580, ja? Bis Tangaroa. Also nicht 180. Nein, 500. Kann halt die Tondinger nicht wiederkommen, Mann, ne? Ja. Total unrealistisch. Ja, ja. Oder so, ah, glärgeil. Boah. Ja doch, die Tondinger kommen wieder. Wenn du bei einer neuen Insel bist. Nein, ich mein hier, die Tonschädchen sind ausgetrunken. Ach so. Ja, nee, weg. Ja, ja. Platsch. Ja. Ja. Brauchst du die ganzen Federn überhaupt noch? Ich schredder die teilweise. In den Ofen da. Also hier, in den Recycler. Ja. Ja. Ja, ja. Das war's. Wo ist das denn für eine große Stadt? Ja, das ist... ...das ist unser nächstes Ziel. Vor allem eine Pause. Haben wir doch gerade. Wir müssen eh erstmal den Eingang finden. ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Ja, aber die geht schon wieder nicht tot, Alter. Guck mal, die geht schon wieder nicht kaputt. Kann einer von euch mal versuchen? Ja, mach ich. Geht nicht. Weg. Nee. Weg. Geht nicht kaputt. Nee, kannst knicken das Ding. Ich seh sie gar nicht. Ich ernte mal die Kartoffeln ab. Vielleicht ist sie dann weg. So, Ziel erreicht, würde man sagen. Wer will mitkommen? Der gleiche, oder was? Ja. Sieht den großen Fisch auf. Warum? Weil ich es kann. Ah ja. Wie gut. War drei Häpse, Alter. Weil es nichts besonderes. Ich bin gut. Wie gut. Alles klar. Gut. Wie gut ist. Wie gut ist. Und wie gut ist. Und wie gut ist es. Also, ich bin soweit, ne? Hotel ist ja auch gerade geworden. Na, Oleg, bist du auch mit? Guck mal, hier ist der Eingang. Nö. Wir umlassen aber nachher... Wir lassen aber später die Türen noch runter, dann muss man hier unten nicht mehr durch. Geht los. Nimm dir Essen mit, Trinken mit. Mach dich Essen und Trinken voll. Ja, Sperr und Bogen würde ich mitnehmen. Bogen habe ich jetzt noch 21 Pfeile. Ja, reicht. Ich habe 13, komm. Erstmal links. Hier geht noch weiter runter. Ratte, mein Speer ist kaputt. Ab in die Cafeteria. Ich bin in der Cafeteria. Ja, ich sehe dich. In der Cafeteria. Ich bin eine Ratte, Alter. Du bist klar mit deiner Ratten? Ja, ja. Ein Teil eines Generators gefunden. Ich glaube, davon brauchen wir drei. Noch eine Ratte. Wo ist es bei mir auch? Das sind dunkle Ioden. Haben wir keine Kopfloppen. Da hinten ist noch was. Ich habe gerade wieder was gesehen. Das ist ein Generator-Teil. Björn, wann war die nächste Pause? Circa 10 Minuten. Ah, ich suche gerade, wo wir Honig immer hinpacken. Auch alles in den Kistenhaufen, der da unten ist. Such das mal. Da ist irgendwo Honig drin. Ach, das Kranpuzzle. Du bleibst mal hier unten. Und gehst mal durch. So, der Kran ist an. Oh, liegt das auch an? So, jetzt muss ich mal gucken. Da hinten ist die Tür, aber hier unten ist auch noch was. Wir puzzeln mal. Nee. So, jetzt muss ich mal gucken. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Warte, ich muss kurz überlegen. Ich habe eine Idee. Geh mal rein. Geh da mal rein. Lauf mal gerade durch, genau. Ich wollte sagen, du musst dir eins durchmachen, wenn er alleine ist. Du musst dir auch den Weg komplett alleine durchlegen können. Warte erstmal kurz. Wenn der da ist, der da. Ja, ich drehe das einfach. So, jetzt kannst du gleich durchlaufen. So, lauf mal durch. Ja, ja, lauf mal da durch. Hull halt mal da raus, das Geheimraum, Alter. Ja, hab da alles, das man bloß hat gesammelt gerade. Ja, komm mal wieder raus da. Warte, ey, kann mir doch noch. Ob ich auch nichts übersehen habe hier. Er sollte gepasst haben, oder? Nicht hinterher noch mit? Nö. Gut. Jetzt müssen wir den Weg zur Tür hinten schaffen. Ich habe schon eine Idee. Oh, drei Titanenherz. Einmal Kupfer war da sogar drin. Aha. Hier ist vor tej기란. Ich kann mich ver ran. Ah, okay. So, zwei hab ich Wie jetzt? Durchlaufen wir dort? Nee So lange, sieh auch mal zu Ja, Alter, ich muss den Weg vielleicht bauen bis dahin zur Scheiß Tür, Alter Schneller, schneller, Klappe So lange, sieh auch mal, sieh auch mal So lange, sieh auch mal So ist gleich 10 nach 7, ne? Ja Hm Du musst die nach oben holen, die seitlichen Du kannst da durch die Container nicht in alle Richtungen laufen Verstehst du? Oho 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 Wir haben's gleich Guck mal, jetzt kannst du durchlaufen Ich teste Ja, lass uns erstmal kurz drücken, naja gleich Oho 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 Surface accesses hier Komm, die Oberfläche, da gehen wir noch fix hin Wo ist nur jetzt? Weitergelaufen Weitergelaufen Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht wie ich hier drehen Wo jetzt vorne wohin ist, ach da jetzt wirklich Alter so dunkel hier Wer kennt er dir? Hier, Service Kann ich weiter? So Sag mal, die Tür, alter, hier ist die Tür Ja Ich sehe nix, ist doch da Alter Ich sehe nix, ist schon größer hier Wenn du deinen Weg so schnell eingestellt hast Oho Doch wir müssen hier lang warten Was denn du? Du bist hier Ja, 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 ich sehe Hier, weiter, komm Ja Da stimmt er grad nicht weiter Da stimmt er nicht weiter Da stimmt er nicht weiter Da ist wieder ne Tür So Okay Ich weiß grad nicht wo ich bin, das ist zu dunkel hier Einfach den Gang entlang Ich weiß nicht wo oben und unten ist Ich weiß nicht, ehrlich gesagt grad nicht wo oben und unten ist Verreck hier Ja, so, verreck hier Ich komm Das ist so, was dich grad nicht wo kommen muss Ich hör Ich limits Ich Seah ich jetzt durch Nee doch nicht, ich geh gar nicht durch Ja Ja Junge bleib in den momenten mit der Leiter Ich komm jetzt Ich gehst nicht mehr wo ich bin, ich sehe hier Kein Leiter, geht gar nix et Jetzt habe ich keine Luft mehr Da bist du Da sehe ich dich Okay, da ist die Tür Oftauchen auftauchen du kannst hier nicht auftauchen hier kannst du auftauchen so komm wirst du warte doch mal wo du hin sieh dich nicht komm zurück na ja alles klar auftauchen du aber das ist hier wo bist du gerade hochgeklärt da? Hier ist der Leiter! Ach da? Ne. Waren ich bringen? Sachen. Hm. Hier ran. Siehste, geht doch. So. Und hier können wir, komm mal rein hier, Martin. Ja. Martin. Ja, ich verstehe. Hier können wir entsprechend auch eine kleine Pause machen. In dem Sinne, erstmal vielen Dank für dein Schalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.